It's time for world on the ground wrestling. Der Gegner ist nicht gut und nicht da. Sega! 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 Und wo sind die Selena-Fans? Selena! Er kann frei! Den Gegner! Und locken! Ein schöner Snap-Bär! Und Kinnahacken! Ja, anscheinend dürfte da wer stärker sein als der Ankara. Aber die Selena steht immer wieder auf! Gibt's aus? Er freut ja immer wieder um! Aber das Stärken bleibt sein! Er hat mir auch betrachten! Hupse, der hat gesessen! Hoorat! A股-Fans! A gras-Fans! Fucke! S-Fund! A股-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan! Einfy-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan! Auf den Kopf! Dätten wollen wir doch nicht frühen! Gibt's die Trenne, A股! Ein schöner Salto auf die Decke, ein Selina Salto sozusagen. Die Selina braucht eine echte Gegnerin, was ist denn das? Die Selina braucht eine echte Gegnerin, was ist denn das? Die Selina von der Decke, wieder nehmen wir noch. Ja, die Selina gibt es nicht auf. Die Medaar! Front-Head-Long! Hoppala! Schulter! Werden Vorarms! Möge die stärkere Gewinnern! Der Pidgey-Pay ist auf den Nachmittag! Ich weiß genau, was der Pidgey-Pay aus dem Nachmittag ist! Ich weiß nicht! Und der Deckel ist hart! Wo sind die Deckel-Fans? Aber hat die Selina auch Fans? Hat der Humunmus auch Fans? Hat der Klinzi-Fans? Hat der Klinzi-Fans? Hat der Klinzi-Fans? Und der Klinzi-Fans? Wenn Sie Hage reißen, ist der Boote! Or, wenn Sie Böten klatschen! Femmel klatschen! Nicht zu verhäppseln! Keine Hoffnung! Äh! 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 Hey, du stellst da vor, Hefei! Nein, der Knie dabei ist ruhig, der sieht trotzdem nichts. Sie versucht sich hochzutauern, die Frau Power, aber dabei... Ein Bandler hat es verloren! Nein, ein Stirn-Bandler! Nein, komm her! Sie ist eh schon da, was ist denn hingekommen? Uh, uh! Aber alles legale Dritte! Jawohl! Das schaut aus wie immer und setzt von einem Katapult! Uh! 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 Jetzt ist die Selina platt gedrückt! Jetzt ist es noch flacher als vorher! Der grüß sei Schöne! Sie sehen ihn aus wie immer! Der grüß sei Schöne! Die Stimme ist nicht mehr Schöne! Der grüß sei Schöne! Der grüß sei Schöne! Sechs! Schön, wie der Quincy in die Knie geht! Sieben! Ja, sehr schön! Ah! Das ist aber ja geübt! Ah! 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 Ja, siehst du, Silinder Pauhardin? werd sie? ja? Panelär sehen wir! auf den Bauch! Seid Integration? Ja, sie mühe im Bauch von derüre同isiernde. Genau so flach wachsen wie ihr mancheinig. Seid Hitlerчahnsatz? Nein, neveracks! Keine Abgabe! Keine Abgabe? Ihr habt schon wieder die Finger im Gesicht. Das ist ein Referee, Finger im Gesicht, zusammen, Nettel in die Überstück. Sieben Minuten Kampfzeit. Oh, Knie in den Magen, aber bei dem Bauchmuskeln ist relativ groß. Oh, super, super, spontan. Oh, Mulana. Hoppala, die Veröffentlichung. Ein Konter. Die schenken sie nix. Wer macht jetzt da den Super-Ex? Selina Super-Ex. Oh, Selina. So, eins. Double Countdown. Zwei. Drei. Oh, beide sind jetzt angeschlagen. Vier. Einfach weg. Kare ziehen. Sehn Mann, 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 Sehn Mann. Oh, der Kampf zeigt schon sein Tribut. Selina, wir wollen's knacken hören. Ich glaub, die wollen's Kacken hören. Also, aufpassen. Solange es nicht rief, ist mir das wurscht. Knacken! Knacken! Was willst du von ihren Nacken? Knacken! Ah! Knacken! Knacken! Oh! 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 Ein Spir, ein Spir, ein Spir, ein Spir, genau. Was ist das? Was ist das? Drei. Ah nein, das ist so weit. Ne, nicht an die Hohen ziehen, das ist noch immer verboten. Treten auf eine gegenliegende Gegnerin ist es da halt nicht. Nicht an den Haaren reißen. Auf eine gegenliegende Augen. Hey, das ist eine schlechte Leistung von dir. Was ist das? Was ist das mit dem Ruh? Das ist die Aufgabe. Oh, mit der Brücke verstärkst du diese Aufgabe. Oh, mit der Brücke verstärkst du diese Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Die Stabilina ist schon. Okay, mit einem Dreimalfeld. Ja, sie ist noch da. Sie ist noch hier. Gehilfe der Stabilisation. Sehn Minuten Kampfzeit. Zehn Minuten Kampfzeit. Gehilfe der Stabilisation. Gehilfe der Stabilisation. Eins. Ist das jetzt vorbei? Zwei. Es ist Zeit für World On-The-Ground Wrestling.